hallo ist martin von meine mann kies dass die daxanalyse für nur mitworte im 25.01.2023 und kümmern natürlich eigentlich kurz fassen der kerl der hängt ja einfach denkt ja da ich weiß gar nicht ob er sich erhangen hat ob irgendwie hier oben an einem stock hängt der bewegt sich nicht weiter wir haben nahezu identisches marktverhalten wie gestern gesehen also wirklich fast identisch außer dass die tages kerze nun rot geworden ist sogar ein kleiner hängen im ende geworden ist es wir können es biegen und drehen wie wir es wollen er ist noch immer in dieser möglichen flacke drin er hat sie sogar jetzt nach unten mal angerissen das heißt er hat sich rausgetraut es wäre vollkommen legitim das ding nach unten aufzulösen er müsste halt einfach dann hier auch mal 15 25 nach unten brechen unten weiterkommen dann sind die ganzen ziel also es ist alles viel gehabt dann sind 14 8 30 14 800 erreicht über 14 49 14 69 da als zwischenstation er muss einfach hier mal knack machen durch auf jeden fall hat er oben nicht viel gezeigt hat aber am vortag auch nicht mehr ist einfach nur runter dann wieder hoch und jetzt auch wieder runter und hoch gleiche intention gleiche ausprägung fast identischer handelstag und von daher können wir einfach nicht mehr sagen ich würde es deswegen genauso handhaben wie am vortag ich würde oberhalb von 15 15 einfach auf der long seite mein glück versuchen und da was haben wir gestern gesagt unter 15 090 minimum dass er 15 0 25 schafft unter 15 25 weiter 49 und 8 30 und so kann man hier jetzt exakt wieder so mal ich glaube die 15 90 ist jetzt eine andere die 15 80 also unter 15 80 jetzt wieder 15 25 bestimmt auch einen tacken tiefer ich glaube jetzt zum dritten mal das macht er in der regel dann nicht na also wenn er jetzt noch mal drauf läuft dann geht auch durch das wird aber oben wahrscheinlich genauso laufen also da muss er nun zeigen wo er zuerst durch macht und hätte auch ziemlich gute karten dann eben entsprechend auch durchzukommen gut ok ja dann können wir hier zu machen kurze analyse aber gibt halt auch nichts neues denkt an seminar plätze werden langsam enger ja haben jetzt noch ein paar in der schwebe ich warte mal ab ob die noch zusagen oder absagen und dann kann ich mal gucken wie viele noch über sind überhaupt und dann geht es langsam schon den final countdown sind auch noch knapp vier wochen also wer noch interesse hat oder noch am überlegen waren und ich sich zurück gemeldet habt sie zu sonst ist dann irgendwann zu spät ich wünsche euch dann morgen viel erfolg gutes gelingen und dann gucken wir mal dass der hier endlich mal rauskommt ja bis morgen